Ach, dann nehme ich wieder die Pumpgun. So, da habe ich auch noch 100 Schuss. Da kommen wieder welche. Schon wieder? Tod von oben. Hütte am See, besiege Super-Mutanten, zwei von drei. Na, wollen wir das weitermachen? Ja, ne? Ja, die sind ja jetzt hier schon. Boah, wird der Pumpgun machen sogar nicht so viel Sinn. Ich merke es auch. Pumpgun war Scheißidee. Ich gebe zu. Wo ist denn noch einer? Da. Da war noch einer. Ein menschlicher Kiefer. Du kannst hier noch deinen eigenen Mutanten zusammenschrauben. Äh, freundlich. Linke Arm. Kronkorken, Splittergranate. Eine Planke. Geil. Ah, Planke war aus, das war Holz, ne? Mal gucken, wie viel kann ich denn noch? Oh, ich kann noch. Bei dir ist immer ein Lautstärkebrecher. Ist das bei mir auch, Herr Kedos? Ne, weil ich einmal auf den Dings gedrückt habe. Achso. Bäh. Bäh. So, jetzt fehlt noch die letzte Welle, ne? Der Sieg geht los! Da kommen sie. Nee, mit der Pumpgun macht das kaum so. Hier ist noch einer drin. Hier sind zwei drin. Ah, scheiße, ich hab G gedrückt. Okay, jetzt so ein Häuser. Da sind aber ein paar mehr als zwei drin. Ja, ich hab erst mal nur zwei gesehen gehabt. Einer ist noch. Wenigstens einer. Hast du ne Laserpistole? Ja, aber jetzt nicht. So schnell kann ich jetzt nicht. Wollte ich sagen. Aber du hast ne Laserautomatikpistole, ne? Voll gut. Ist das ne Laser? Nein, du stehst doch hier die ganze Zeit mit Laser um, ne? Ja, ich seh nur immer bababababab. Ich hab die gefunden, das hatte ich dir mal erzählt. Die lag da einfach mal rum und dann hab ich mir die genommen. Da waren wir aufm Flugplatz und da hab ich dich doch noch gefragt ... ... ob du auch was gefunden hast. Dann sagtest du, Nö Wenn du das jetzt hast, ist da nix mehr. Da hab ich die gefunden... Warte, aber das ist ein... Warte mal, ich sag dir genau ... Das ist ne 10mm Maschinenpistole, die ich jetzt benutzt hab … Ach so, okay. Die sieht gut aus. Ja, aber die ist schon ziemlich kaputt und ich kann die nicht reparieren. Deswegen ist das ein bisschen schade, wenn ich die jetzt so nehme, ne? Achso, das Stimpeg wäre... Ja, in dem Falle war es jetzt wirklich gut, ne? Hat ja geholfen. Mit den anderen Waffen wäre ich ja hier gar nicht klargekommen. Untersetzer? Nein. Ich würde mir wünschen, dass man so Sachen verwerten kann, ohne Werkbank. Einfach so. Vase. Oh, hast du schon wieder einen Stufenaufstieg? Oh, die ist ja mäßt. Ja, Herr Kedors hier, das ist doch nicht normal. Ich gehe jetzt hier. Äh, Event Verbrannte Erde. Quest begonnen. Wer hat das gemacht? Ich doch nicht. Ich bin hier nur rausgegangen. Hä? Herr Kedors, hast du noch irgendwas angefangen hier? Nein, ne? Ich bin hier nur vor die Tür gegangen. Das muss doch erlaubt sein. Warte mal, kurzes Jagdgewehr. Ah, das ist noch ziemlich heil. Ich hatte auch noch eine andere. Das ist die 10 mm, taktisch. X-Details. Das ist die normale. Ach, hier kann man nur den, den, das Angugteil angucken. Das Angugteil. Molotow-Cocktail habe ich hier noch. Impro Repertier, kurz Jagdgewehr. Scharfschützengewehr. Somerset. Hier, ich habe noch ein Präzisionsschützen-Impro-Gewehr. Das macht doch viel mehr Schaden. Dann brauche ich doch nicht die olle Pistole. Das ist aber auch fast kaputt. Das sollte ich mal heil machen. Ja, das war auch dumm gerade. Ach, naja. Hast du dich verskillt? Ja, aber passiert. Mein Gott. Ja, das passiert mir ständig. Ja, aber erstmal, da musste ich ja dahinter steigen. Das war ja das Schlimmste. Es wird Tag. Na, Freund? Hältst du hier Wache? Du. Schlammbohne gibt es hier. Blutblatt? Ich nehme das mal mit. Man kann nicht wissen, wozu das noch gut ist, ne? Ach, ich soll das Poseidon-Energie-Kraftwerk reparieren. Hier ist ne Silberader. Okay, wollen wir weiter? Wo bist du? Hier, da ist ne Silberader, wo ich stehe. So, und dann komm mal her mit. Komm mal mit. Guck mal hier. Guck mal hier. Der Gartenzwerg ist blau. Ja. Die kann man mitnehmen übrigens. Ups. Habe ich doch. Habe ich doch. Schön. So. So, dann wollen wir mal weiterlaufen. Aufnehmen tut es. Sieht auch gut aus. Jetzt läuft es auch wieder, sehe mich. Ich weiß nicht, das lag vielleicht an seiner Station. Ja. Vielleicht hatte das Spiel da so ein bisschen Probleme. Der Server das rechtzeitig alles bereitzustellen bei mir oder so. Keine Ahnung. Von der Rechenleistung kannst du doch nicht liegen. Schon ein bisschen ärgerlich gerade mit dem. Ist das alles nicht. Guck mal, da oben ist aber der Toll. Da geht die Post ab, ne? Siehst du das? Ja, ja, lass sie machen. Ja, wenn wir da nicht hin müssen, lass sie machen. Ich sehe auch, die Tür ist vor unserer Nase hier, ne? Ne, das dauert noch ein bisschen. Ja, meins. Ich kann doch erstmal da hin. Ja, ich doch mal. Okay, fällt rein. Ja, mach das. Wo willst du? Ach, da willst du hin. Zum Punkt. Genau. Warte mal, ich muss was trinken, sehe ich gerade. Oh, ich hätte auch gleich was essen sollen. Nein, ist auch egal. So, jetzt kann ich wieder laufen. Gewichtmäßig dürfte ich. Ja. Da sind noch Reserven. Ich kann auch looten. Beansprüche, die Werkstatt von Flughafen Weed. Weil wir jetzt hier vorbeigelaufen sind, sicherlich, ne? Ja, ja, das kannst du machen. Das musst du aber nicht mehr halten. Jetzt wird das aber wieder angezeigt, hier alles. Warum ist denn das jetzt aktiviert? Ignorier es einfach. Lauf doch vorbei. Naja, bis wieder die ganze Seite voll ist. Ne, das ist das nächste Mal. Wenn wir starten, müsste das wechseln. Ja, hoffentlich, ne? Ich muss mich erst mal erholen. Meine Waffe ist ziemlich kaputt. Du hast doch mehr als eine Waffe. Gehe ich mal von los. Ja, aber ich mache die jetzt erst mal ganz kaputt. Das ist ja nur so eine kurze Pumpgun. Die findet man ja ständig. Stimmt, die ist auch bei mir fast kaputt. Also ich sehe, dass da ist so eine rote Pistole. Dann deute ich das jedenfalls so. Mhm. Aber schön hier. Aber wenn man überlegt, wie alt die Engine schon ist, ne? Ewig alt. 35 Jahre noch dazu. Ja, es war immer aufgehübscht, aber... Eigentlich total veraltet. Ja. Aber die benutzen ja die gleiche Engine jetzt noch für Starfield und LS Colt 7. Also LS Colt 6, meine ich. Mhm. Gibt's zu Recht genug Beschwerden. Eine jetzt schon, also schon 2019 veraltete Engine für Spiele in 2020 zu benutzen. Ja. Naja. Naja, das nützt ja auch nichts, wenn du denn starke Rechner hast, wenn die Engine da gar nichts mit anfangen kann, so richtig, ne? Und das gar nicht richtig ausnutzt. Oh, die haben Scharfschützengewehr. Das war interessant. Nichts für mich, Alter. Mit Zielfernrohr, ein brutales Jagdgewehr. Oh, das hätte ich jetzt nicht hinnehmen sollen. Naja, gut, egal. Achso, ich muss ja sowieso sowas essen. Ich muss ja sowieso was essen. Und ich wollte noch das verdorbene Zeug weglegen. Das habe ich ganz vergessen. Warte mal, da oben. Verdorbenes Fleisch. Wie lege ich das weg? Verdorbenes Gemüse kann auch alles weg. So. Und dann nehme ich noch ein bisschen Zucker. Ah, das bringt ja gar nichts. Zuckerbombe bringt... Zuckerwattenbissen. Ich bin ganz süßer heute. Okay. So, aber es hat geholfen. Ich habe jetzt wieder drei Viertel. Sehr schön. Ich habe Energieüberschuss hier. Mein AP wird gar nicht wie die, gell? Oh, jetzt. Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Ich jetzt. Ach, du hörst schon wieder das Schöne. Ja, 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 Arschloch. Aber ich glaube, den kriegen wir ein bisschen eher, gell? Obwohl sich das jetzt im Moment in Grenzen hält mit den GEMA-Sachen. Das macht sich echt bemerkbar, dass die sich mal irgendwann geeinigt haben. Hier ist eine Höhle. Na gut. Höhlen sind immer schlecht. Ach so. In Odysseynich. Da findet man immer Dinge. Macht dir erst was Spaß? Bist du mit dem zweiten Ding schon durch? Nee, nein, nein, nein. Ja, ich will es jetzt auch zu Ende bringen. Es geht. Es geht. Man kommt dann nachher rein. Aber ich will dich nicht spoilern. Ich sage da nichts weiter zu. Okay. Aber wir hatten uns ja schon darüber unterhalten, dass es langsam Zeit wird, dass es vorbei ist. Ja, wird es. Aber wirklich. Oh. Du wirst verfolgt. Ich habe ihn ins Bein geschossen. Ich habe daneben geschossen. Hier sind ja ganz viele. Jetzt ist die Waffe kaputt. Kann ich die denn irgendwo... Schrott scrollen, ändern, Details. Wie schmeiße ich die denn jetzt weg? Da muss ich wieder reingehen, ne? Das ist so umständlich. Wo ist sie denn jetzt? Taktisch. Kurz. Laserpistole. Shotgun. Kurze Pumpgun. Ist die das? Ja. Die kann man jetzt ins Camp verlegen. Untersuchen. Reparieren. Ablegen. Perforiert. Was nehme ich jetzt dafür? Handspannrevolver. Ne Planke nehme ich. Nimm ich die Laserpistole. C Favorit. So. Ah. Habe ich was verpasst? Ja, da hinten ist dieses... Dings, ne? Hast du die Mission jetzt schon aufgenommen? Hier bei der Ollen? Ich habe eben... War eben im Menü. Ich habe gar nichts aufgenommen. Bei Amy ist das gleiche. Ach, die ist hier. Eben ist Notiz. Das Passwort für mein Terminal ist... Tie Guard. Genau. Und jetzt müssen wir jetzt hier jetzt zurücklaufen. Oh, hier sind ja Blefliegen. Oder irgendwelche komischen Viecher. Wo bist du jetzt hin da? Kakalaken. Kakalaken. Hier ist noch ein Safe. Habe ich schon aufgenommen. Vorkriegsgeld. Da ist aber nur Vorkriegsgeld. Ich würde sagen, wir laufen erstmal weiter und machen die anderen beiden Sachen. Ja, würde ich auch sagen, weil wir dann kommen später dahin, ne? Genau, zum Tagesende, weil das ist eine tägliche Quest, die müssen wir heute noch fertig machen. Na gut, dann müssen wir uns aber beeilen, denn ganz so lange will ich und kann ich nicht, das weißt du ja. Ja, ist ja in Ordnung. Wenn wir dann sagen, jetzt ist es gleich vorbei, dann teleportieren wir uns da meinetwegen hin. Hier mal ein bisschen Kronen gucken aus, Arzt. Und machen das zu Ende, ne? Teleportierst du dich denn dahin und ich kann hinterher reisen? Ja, aber dann würde ich sagen, dass du unten, da wo... Jetzt machen wir erstmal weiter, das war ein Scherz jetzt erstmal. Ja, alles gut. Aber ich würde dann halt sagen, dass du dann halt dort unten ein Camp errichtest oder ich ein Camp errichte. Ja, dass wir dann wieder hin können, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Das eine hat sich das Camp da aufbaut und der andere hinportet, weil beide, das kostet ja Kronen gucken. Ja. So. Vorsichtig. Wir müssen an dem Atomkraftwerk vorbei. Dahinter. Und das ist auch noch high. Guck mal hier vorsichtig runter. Ja, ja. Oh, das geht. Ach da. Äh, kein Problem. So. Und ein Laden zum Verkaufen wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn wir den nochmal zwischendurch finden könnten. Auch für mich geht's. Na, ich hab ja immer ein bisschen Hunger. Weißt du doch. Du betrittst ein Eventgebiet. Bleib doch mal stehen. Wie soll ich dich erwischen? Hier ist Verstrahlung verstrahlte. Das genau gehört. Oh, hübsch. Oh, jetzt hab ich die ganze Seite wieder voll. Ah. Hey, die ganze Seite, ne? Ich hab mal ein bisschen was dazu geknüpft. Ja, ein bisschen ist gut. Oh, Lul. Das bin ich. Schon wieder tot von oben. Hat schon wieder jemanden abgelenkt. Wir sollen hier Reparaturen vornehmen. Hm, hab ich gelesen. Da oben war noch eine Figur. Da liegt sie. Hä? Wer schießt hier? Ach, da oben ist sie. Kräftig, ne? Kann ich wohl einfach nicht. Ach, lol. Ah, du musst hier rein. Komm mal zu mir. Da ist so eine große blaue Tür. Warte, ich bin gleich bei dir. Hier oben ist ein Tresor. Ja, ich bin jetzt schon reingegangen aus Versehen. Ich hab gedrückt. Hm, und hier sind die Reparaturen anscheinend. Ich dachte da oben, weil da so eine Schaltwarte war. Ich hör dich schon schießen. Äh, ich hab mich selbst gesehen von innen. Da geht's wieder raus. Und hier müssen wir rechts. Ich hab ja gesehen, du bist gespawnt. Okay, hier irgendwo. Oh, lol. Hier geht's ja runter. Ach, das bist du. Ich wollt grad auf dich schießen. So, okay. Wo können wir jetzt hier was reparieren? Okay, hier. Warte mal. Hier. Hier, hier sind Sachen kaputt. Ja, ich werd beschossen. Das werden wir alle. Da war aber ein Automatikbeschütz. Ich hab hier was repariert. Schön. Ich hab hier noch was repariert. Ah, okay. Ich hab jetzt auch grad was repariert. Noch was repariert. Oh, ich hab's richtig drauf. Wieder was repariert. Du hast was. Ich bin auch am reparieren. Guck mal, da ist links, äh, rechts so ein Balken. Von wegen. Ja, den da oben. Ich seh das schon. Oh. Ja, wieder so ein Automatikbeschütz. Die sind nervig, ne? Hast du's? Ja. Oh, aua. Kann ich hier noch irgendwas machen? Plastiklöffel. Zigarette. Hier erzählt einer. Oh, scheiße. Ich hab gedrückt. Das war nicht gut. Ach, Mann. Ich bin doch aufgeregt. Oh, jetzt wird das da angezeigt, wo wir reparieren können. Hier ist noch ne Kiste. Die hab ich grad entsperrt. Du bist hier unten. Hier unten. Ja, ich seh das. Hier. Noch irgendwas zu reparieren? Also. Das ist das, dieses olle Kraftwerk, wo ich vorhin vorgelesen hab, dass wir das reparieren sollen, um maximal Strom zu kriegen. Der Kasten muss entsperrt werden. Hier ist ne Bastelwerkbank. Und ein Tresor. Banane erstmal. Ja, ich wollte das nur sagen. Ich hab ja auch nur geguckt. Ich such hier noch, auch noch Reparierteile. Das ist repariert. Boot von oben. Aha, wir haben's überlebt. Hier ist ne Tür. Hier ist ein Terminal. ened da. Es geht? Ich bin ein Tresor.